In Simonskall, eingebettet in die malerische Natur der Eifel, empfängt das Café Kern seit nunmehr 25 Jahren seine Gäste. Vom ersten Tag an wird das Café von der Familie Heller geführt, was ihm sowohl Tradition als auch einen ganz besonderen Charme verleiht. Das Café Kern ist für sein üppiges Angebot an selbstgebackenem Kuchen und Torten, sowie die feine Qualität der Kaffeespezialitäten weit über die Grenzen der Voreifel bekannt. Neben dem normalen Tagesgeschäft bietet Ihnen das Haus Kern auch individuelle Arrangements für Ihre Festlichkeit. Egal ob Hochzeit, Jubiläum, Geburtstag oder Firmenfeier, mit dem Komplettprogramm Ihr Fest in unseren Händen, verwandelt die Familie Heller ihr Event in eine wunderschöne Feier. Den Gästen des ganzjährig geöffneten Cafés steht ein hauseigener Parkplatz sowie ausreichend Garten- und Terrassenplätze zur Verfügung. Eine weitere Spezialität des Hauses sind die vielfältigen Brunch-, Mittags- und Abendbuffets. Für das reichhaltige Frühstücksbuffet, das jeden Mittwoch, Sonntag und an Feiertagen stattfindet, können Sie vorab telefonisch einen Tisch reservieren. Natürlich ist auch Ihr Haustier im Café Kern herzlich willkommen. Das idyllisch gelegene Simonskall bietet Ihnen auf zahlreichen Wanderrouten die Möglichkeit, Natur und Umgebung zu genießen. Durch täglich wechselnde Spezialbuffets, wie zum Beispiel Reibekuchen oder frisch gebackene Waffeln, können Sie im Café Kern Ihren Tag abrunden und kulinarisch ausklingen lassen.